Ganz am Anfang haben wir zwei sehr schöne österreichische Rotwein. Das eine ist der Insigno Leonis. Insigno Leonis ist einer der besten österreichischen Rotwein, schon lange. Er ist eine der ältesten Geweden, Prestige. Und er ist im Prinzip ein Österreicher mit einem borderähendlichen Stil. Im 2016 hatten sie 40% weniger Erntung. Dadurch waren Trauben konzentrierter und haben eine besonders hohe Reife erreicht. Für mich ist das einer der besten zwei Sechzehner überhaupt aus Österreich. Und einer der besten Insigno Leonis, die je gemacht wurden. Es ist absolut köstlich. Ich kann jedem, auch einem Border-Fan, nur empfehlen, probieren Sie den Wein mal. Sie werden wirklich überrascht sein. Ich habe den auch in Unterhaltungsdegustationen, die man natürlich nicht so ernst nehmen soll. Aber ich habe den schon neben ein paar der grössten 2016er Bordeaux blind serviert. Und in der Regel hatten die Leute den Insigno Leonis immer lieber. Also wirklich ein erstaunlicher Wein. Ein sehr schöner Wein, den ich Ihnen wärmstens ans Herz legen kann. Bereits sehr zugänglich. Frucht ist da. Er hat aber auch 5-10 Jahre noch problemlos. Wirklich köstlich. Dann vom gleichen Produzenten haben wir einen einfacheren Rotwein für jeden Tag. Extrem preiswert. Auch einen 2016er. Und bereits sehr zugänglich. Er ist leichter, frischer. Genau passend eben für ein Blättchen oder ein Stück Fleisch. Ist jetzt bereits sehr schön und zugänglich. Kann ich wärmstens empfehlen. Also du hast keine Brust談, die wir haben. Und jetzt Pakin Fähler. Komm. Wirklich Ain. Basically. Wirklich Ain.